Im vergangenen Monat ist neben den News auch noch etwas anderes passiert. Wir haben einen neuen Themenpodcast veröffentlicht zu den bisher in Deutschland erschienenen 20 Sonderbänden. Und wir hatten auch allgemein auf Social Media einen Sonderband-Themenmonat. Und den hat Philipp maßgeblich geleitet. Naja, okay. Wir hatten bei Twitter, Facebook und Instagram eine kleine Aktion den ganzen Monat über. Aber da habe ich euch die gesamten deutschen Sonderbände, 20 an der Zahl sind es, vorgestellt. Wir haben ein bisschen auf die japanischen Sonderbände geschaut, welche es da noch so gibt, welche nach Deutschland kommen könnten. Und das Ganze haben wir dann am Ende in einem Themenpodcast nochmal verpackt, wo wir in großer Runde, Kevin war auch mit dabei. Der ja auch an einigen Sonderbänden maßgeblich mit beteiligt war. Also sehr viele spannende Hintergrundinformationen. Also wenn euch das interessiert, dann hört gerne mal in diesen Sonderband-Podcast rein. Sehr informativ, wie ich finde. Okay, ich war mit dabei. Das trübt das Urteil ein bisschen. Aber ja, falls euch das interessiert, die Sonderbände, dann hört dort gerne mal rein. Der Sonderband-Monat Oktober ist jetzt leider schon vorbei. Wir sind ja, wie ihr schon gehört habt, im November angekommen. Ist auch gut so, dass es weitergeht. Ja, und jetzt im vorletzten News-Podcast des Jahres hier. Hoi, hoi, hoi.